Hey Leute, willkommen. Mal gucken, ob ich die Runde gewinnen werde. Ich habe das Assassin- oder Assassine-Kid ausgewählt. Ich habe auch das Enderman-Kid, aber ich habe gerade Bock auf das Assassin-Kid und habe es darum auch ausgewählt. Ich finde, wenn ich sterben sollte, wenn ich verkacken sollte, habe ich keinen Bock zu verkacken. Hey, ich kann ihn gar nicht treffen, GG. So Leute, wir sind jetzt wieder in der nächsten Runde auf der Map Skyblock, die ich eigentlich nicht so krass mag. Aber wenn es sein soll, dann zöge ich die auch mal. Nein, 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 nein. Hä, ich... So Leute, wir sind auf der Map, hey. Oder, hey, wie man die auch aussprechen soll. Mit das SS-Inket, natürlich. Sagt da mal hallo. Hallo. Oh, sorry. Oh, sorry. GG. Ich komm zum Gegner, sterb, fertig, nächste Runde, das ist halt so mega lame und mega langsam. Willst du mich verarschen, Alter? Sollte, wir sind es in der nächsten Runde ohne Witz, ich hab bald keinen Bock mehr. Erstmal for real. Es kann auch nicht sein, dass ich so pech hab heute. Alles klar, Alter! Nein! Ja! Alter! Ja! Alter! Ja, ich hab ihn noch gekriegt! Was machst du denn? Alter! Alles klar! Ja! Ja, hi! Ja, hi! Ja, hi! So, ich hab's in der Runde. Was, glaub ich. Ja, mal gucken. Boah, Leute! Dankeschön! Nein! Ja, immer ein halbes Herz! So! Ein halbes Herz, Leute! Na ja, ich hoffe, ihr habt euch gefallen und ich hoffe, ich sind es das nächste Mal, wenn ich wieder ein Video mache und dann sehen wir uns das nächste Mal und ja, ich hab keine Ahnung, Leute. Ihr habt so pech! Ihr habt so pech, Alter! Super! Ich hab jetzt 33 Minuten aufgenommen! 33! Leute! 33! Na ja, Leute! Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ich wieder ein Video mache und... Lass einen Daumen hoch da! Ey! Subscribe mich! 25 subs freue ich noch! Dann hab ich die 200! Freut mich mega, wenn ich die 200 abonnenten krieg! Also, wir sehen uns! Ciao! Ah! 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 Obla!